So, da sind wir wieder und wir töten hier jetzt auf diesem Feld einfach mal die ganzen Schweinchen. Das eventuell die Basilisken dann dafür spawnen. Brumms. Jetzt wollen wir mein Pet füttern. Jetzt fütter ich dann, nachdem wir die zwei Schweine gekillt haben, fütter ich es einfach nochmal mit einem eigenartigen Fleisch oder irgendwie so etwas in der Art. Ah, 217 Folgen haben wir schon, Leute. Hart, oder? Und immer noch nicht 60. Und immer noch nicht 60. Hmm. So, was will er denn diesmal haben, kriegt er ein, na das mag er nicht. So, na guck an, da hinten sind schon wieder Basilisken, oder einer. Sag mal, den kann ich nicht kiten. Also, man kann ihn nicht slowen, den Typen, ja. Meine Idee war es, den in Steinart oder irgendwie so reinzukiten, zu hoffen, dass die Wachen den angreifen. Aber ich glaube nicht, dass die Wachen das packen. Ah, nicht entdeckt. Ja, wir töten hier jetzt auch ein paar Schweine. Einfach, dass wir ein paar Schweine tot haben und dass hier wieder Dinger spawnen. Ja, aber jetzt fehlen nur noch die Basilisken. Ja, nur noch Basilisken. Nur noch der Basiliske fehlt. Tschüss. Dida, du, du die, du, di, di, di. Die, du, du, du die, du die. Ur-ュh, ur-ur-ur-ur-ur-ur, ur-ur-ur... Dee-dee-dee... So... Bum 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 Ich hab grad anscheinend ein paar Kumpels angesteckt Fallout zu spielen Äh Fallout Bioshock Denn er hat mich grad angeschrieben Und gesagt er hat jetzt grad Minerva Sten gekauft Also das DLC von Zweiten Teil Und er fängt jetzt an zu spielen Nice Ah So Bum 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 Er spawnt einfach nix Er spawnt ja n Schwein, das brauch ich nicht Vielen Dank. Okay. Da unten ist einer. So. So, und jetzt komme ich da zurück und das Feld, was ich geklirrt habe, hat jetzt ein Zwerg geklirrt. Mit den ganzen Basilisten, aber dann kriege ich schon ein Rappel. Da, einer. Einen haben wir. Einer ist schon mal besser als keiner. Dieser Zauber ist doch nicht bereit. Und natürlich droppt er nix. Natürlich, warum sollte der auch was droppen? Das ist natürlich all das Blödsinn. Um Ja, aber so schaffe ich es, glaube ich, wirklich noch auf 53 in dem Land. Das ist doch auch schon mal was. Hm. Das ist doch schon mal was. Leute, Leute, Leute. Also hier zur Quest macht nicht wirklich Spaß. Wenn ich ganz ehrlich sein darf. Obwohl es so schlimm ist, finde ich es ja eigentlich gar nicht. Wenn halt mehr Tiere da wären. Nein, es ist doch nicht gut. Ah. 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 So, jetzt rette ich hier nochmal durch. Dann gehe ich nochmal zu den Ogern. Bei den Ogern war ja ganz hinten auch noch zwei Dinge. Zu Basilisken. Also, hier. Ich werde ihn, ich werde ihn, ich werde ihn. Sehr gut. Da hat sich doch dann irgendetwas schon gelohnt. Inventar ist voll. So, da ist noch einer. Dieser Zauber ist doch nicht bereit. So. Ach, shit, ich hätte den einsetzen sollen. So. Ein schöner Hölln-Iber. Ja. Was kann denn weg? Ja, es sind vier Silber immerhin. Kushner-Messer. Die Angel hätte ich in die Bank legen können. Weil, hier habe ich auch noch die Hälfte. Leute, 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 Leute. ich brauch doch nur ein basilisken hirn ist das denn so schwer ohne einem basilisken hirn freut sich der quest er freut sich nicht der quest gewehr hey hey oh ich weg blüde so du du blüde so du du bring zum bring zum die Saudi Ach nö Haut ab von hier Keiner will euch da Keiner will euch da Okay, er ist freundlich Okay 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 Okay, wenn sie den nicht haben wollen, dann mache ich den. So. So, wir sind fertig. Wir sind fertig, Leute. Leute, wir sind fertig. Da unterhalte ich mich sogar mit Alianzle über Emotes. Schön. Ach Gottchen. Und dann überlegen wir uns, wie wir das restliche Level jetzt vollkriegen. Irgendwie werden wir das schon vollkriegen. Das gebe ich jetzt aber alles noch ab. Das heißt, die Plunderquest geben wir ab. Die andere behalte ich mal. Was führt euch hierher? Ich kann nicht mehr tragen. Ja. Ja, 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 ja. Was ist denn am wenigsten wert? Wie darf ich helfen? Bis bald. Seid vorsichtig. Was war das? Drei Skorpionsang haben wir nicht mehr. Iberlungen und Geiermuskeln liegen. Also, die Iberlungen behalten wir. Der Rest kommt weg. Okay. 15.000 noch, Leute. Das heißt... Das heißt... Das heißt... Ich habe keine Ahnung, was das heißt. Wo gehen wir jetzt denn zum Questen, Leute? Naja, wir sehen uns auf jeden Fall daran. Ach, hier können wir... Hier können wir uns rein. Dann in der nächsten Folge. Also, Leute. Tschüss. Bis dahin. Tülü und so. Und ciao.